Hast du das Gefühl, ständig hinter dem Chaos herzurennen, aber nie wirklich anzukommen? In diesem Video nehme ich dich mit auf eine Reise durch mein Zuhause und zeige dir, wie ich mit verschiedensten Zonenreinigungseinheiten mein gesamtes Zuhause generalüberholt habe. Du wirst sehen, wie mit nur 15 Minuten am Tag unglaubliche Fortschritte möglich sind und gemeinsam gehen wir Schritt für Schritt durch jede Zone. Ich zeige dir, wie ich die Zonen einteile, welche Aufgaben dort anfallen. Ich zeige dir, wie du es schaffst, ohne Druck und in kleinen überschaubaren Aufgaben auch dein Zuhause sauber und gemütlich zu halten. Und das Beste ist, es funktioniert auch, wenn du denkst, dass dein Zuhause ein einziges Chaos ist. Also lass uns loslegen und sehen, was möglich ist. Aber fangen wir einmal ganz von vorne an. Als erstes soll man sein Zuhause in fünf gleichwertige Zonen aufteilen. Das kann also auch bedeuten, dass man mehrere Räume zu einer Zone zusammenführt, so dass das Zuhause am Ende in fünf gleichwertige Zonen aufgeteilt wurde. Und mit gleichwertig meine ich, dass sie in etwa die gleiche Arbeitsintensität mitbringen. Also beispielsweise ein Raum, wo sehr viel zu tun ist, mit einem Raum, wo etwas weniger zu tun ist. Das könnte zum Beispiel eine Zone sein, so dass in etwa die Arbeitsintensität aller Zonen gleichermaßen sind. Nachdem wir unsere Zonen eingeteilt haben, kümmern wir uns jede Woche am Stück um ein und dieselbe Zone. Wir arbeiten dort unsere Aufgaben, soweit wir kommen, ab und wenn die Woche um ist, wechseln wir mit dem Wochenwechsel in die nächste Zone. So können wir quasi Woche für Woche eine Zone nach der anderen abarbeiten und nach fünf Wochen, also quasi fast einem Monat, sind wir dann mit allen Zonen durch und beginnen wieder von vorne. Wenn wir dann von vorne beginnen, dann starten wir sozusagen mit dem Weiteroptimieren oder Weitermachen an der Stelle, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ich gehe am liebsten dann am Anfang des Monats einmal durch die gesamte Wohnung und schreibe mir auf, welche Aufgaben mir in welcher Zone auffallen, die ich erledigen möchte. So kann ich planmäßig überlegen, was habe ich zuletzt gemacht, was müsste jetzt mal wieder gemacht werden, was ist schon länger nicht mehr gemacht worden und kann mir dann halt schon mal so die Aufgaben aufteilen, sodass ich halt direkt auch einen Plan habe von dem, was in der Zonenreinigungswoche jeweils passieren soll. So kann ich auch Vorbereitungen treffen, wie zum Beispiel, wenn ich irgendwas noch zusätzlich kaufen möchte zum Organisieren oder so und wenn so bestmöglich für die Zonenreinigung vorbereitet. Was zum Beispiel klassischerweise bei mir in die Zonenreinigung fällt, ist das Fensterputzen. Das heißt, ich putze nicht mehr an einem Tag alle Fenster der gesamten Wohnung, sondern ich putze immer in der jeweiligen Zone die Fenster. Und das geht relativ zügig und so kann ich halt auch wirklich alle zwei bis drei Monate gewährleisten, dass meine Fenster sauber sind. Außerdem nutze ich ganz gerne die Zeit, um entweder in der Zonenreinigung auszumisten und zu entrümpeln oder Stellen, wo ich bemerke, dass sich schneller wieder Unordnung einschleicht, diese nochmal neu durch zu organisieren mit Hilfe von Ordnungsboxen, Ordnungskörben etc., um halt auch eine visuelle Ordnung zu schaffen und erfahrungsgemäß ist es so, wenn man bestimmte Bereiche einmal durchorganisiert hat, dann halten sie sich auch länger. Aber lasst uns gerne einmal reinschauen, wie es denn früher bei mir ausgesehen hat. Hier sehen wir mal meine Anfänge in der Flylady-Methode. Das ist unser Merkzweckschrank in unserer alten Wohnung und da war wirklich alles Mögliche vertreten und vor allem sehr viel Krempel und Gerümpel. Am Anfang hatte ich natürlich kein gutes Gefühl dafür, was brauche ich, was nicht und ich habe mich noch nicht so gut von den Sachen trennen können, aber durch dieses Kontinuierliche immer und immer wieder in die gleichen Zonen reinzugehen und immer wieder zu überarbeiten, das hat mir am Ende dabei geholfen, mein ganzes Chaos aus den letzten Jahren nach und nach zu beseitigen und halt auch eine neue Struktur zu finden. Ich habe also angefangen, in meiner 15-Minuten-Routine Stück für Stück und jeden Tag erst einmal auszumisten und zu entrümpeln und habe dann versucht, die Bereiche erst einmal neu zu organisieren, so dass jedes Teil in meinem Haushalt auch einen festen Platz zugewiesen bekommt, denn nur wenn die Sachen einen festen Platz haben, kann man auch Ordnung halten. Am Anfang haben die meisten Menschen das Problem, sich von ihren Sachen zu trennen. Man hat sie ja ewig gehortet und plötzlich soll man sich von allem, ja, soll man alles loslassen. Das ist natürlich schwer. Das ist aber, wie gesagt, mithilfe der Zonenreinigung tatsächlich etwas, was mit der Zeit einfacher wird und allgemein nimmt die Arbeit einfach mit der Zeit ab. Je mehr man durchorganisiert hat, desto schneller geht es am Ende und hier finde ich das auch ganz spannend, denn ihr seht gerade, dass ich an dieser Stelle hier unsere Luftballons und so das erste Mal in Ordnungsboxen organisiere, also denen einen festen Platz zuteile. Dieses Ordnungskonzept, was ich mir damals vor vier Jahren überlegt habe, in meinen Anfängen noch heute so fortgeführt. Das ist halt auch wieder dieser Beweis dafür, dass wenn man einmal erstmal einen Bereich durchorganisiert hat und der gut funktioniert, dass dann halt diese Ordnung halt auch bestehen bleibt. Und hier seht ihr gerade ein relativ aktuelles Zonenreinigungsvideo und ihr seht, da habe ich halt immer noch die Boxen. Die sortiere ich jetzt nochmal aus. Ich schaue gerade nochmal nach, wie viele Teile sind dazugekommen oder was habe ich da in Doppeltausführungen, was nochmal weg kann, was ich sozusagen nochmal minimieren kann. Aber im Großen und Ganzen ist diese Struktur, die ich mir vor vier Jahren überlegt habe, bis heute hin bestehen geblieben und die Ordnung hat sich gehalten. Deswegen ist es so, so wichtig, die Sachen einmal grundlegend durchzuorganisieren im Rahmen dieser Zonenreinigung. Das ist, wie gesagt, auch aufgrund der 15 Minuten sehr überschaubar und überfordert nicht. Aber es bringt langfristig halt sehr viel Ordnung in das Zuhause rein und man kann dann mithilfe dessen halt auch die Ordnung langfristig aufrechterhalten. In diesem Zug habe ich auch damals angefangen, mit Ordnungsboxen und Körben zu arbeiten, um bessere Unterteilungen zu schaffen. Und auch wenn dieses Ergebnis jetzt nicht perfekt war, so war es immer noch wesentlich besser als das vorher. Und diese ganzen Stellen haben sich im Laufe der Zeit immer weiter reduziert und immer besser optimiert, so dass irgendwann das Zuhause wirklich einmal komplett general überholt wurde. Hier seht ihr auch nochmal die Ausbeute aus den 5 Tagen Zonenreinigung für je 15 Minuten. Und das war damals das, was ich aus diesem Schrank rausgeholt habe. Und das war ja noch nicht alles. Es kam ja nach und nach immer mehr raus. Da ist wirklich viel rausgeflogen und das war sehr erleichternd. Zurück in die Gegenwart. Hier sind wir in unserem neuen Flur. Und ich muss sagen, man hat mit der Zeit auf jeden Fall feststellen können, wo unsere Schwachstellen waren. Und ich habe zum Beispiel auch direkt hier beim Einzug gewusst, ich muss hier irgendwie mir etwas überlegen für unsere Accessoires. Denn das war zum Beispiel auch ein Punkt bei uns in unserem alten Flur, wo immer Unordnung entstanden ist, weil wir die Accessoires nicht gut platzieren konnten. Wir hatten keine richtige Aufbewahrung dafür. Und darauf habe ich hier zum Beispiel in der Wohnung geachtet, dass wir hier einen Schrank haben, direkt im Eingangsbereich, wo Taschen, Accessoires etc. ihren Platz finden. In der Zonenreinigung wird also immer für je 15 Minuten ein Bereich aufgearbeitet. 15 Minuten gehen schnell. Man ist motiviert, man ist dran. Man kann viel mehr schaffen, als man so glaubt. Und es können so kleinere Bereiche sein. Hier kümmere ich mich zum Beispiel um die Kammer. Die wird dann mal ausgesaugt. Dabei kommen dann auch nochmal zwei, drei Schuhe weg. Oder ich packe zum Beispiel Schuhe ein oder lager sie besser gesagt ein, die gerade nicht saisongerecht sind. Und so kommt peu a peu immer mehr Ordnung rein. Und man kann auch ganz nebenbei mal Sachen ausmisten. Nachdem ich ja lange Zeit schon jeden Morgen eine Maschinenladung Wäsche wasche, nach dem Flylady-System, ist mir irgendwann aufgefallen, dass meine Wäsche-Sortierung etwas ineffizient war, da ich jeden Tag von vorne den kompletten Wäschekorb ausräumen musste, um zu gucken, welche Waschmaschinenladung sozusagen als nächstes gewaschen werden soll. Und um das Ganze effizienter für die Zukunft zu gestalten, habe ich dann mir hier so ein kleines Wäsche-Vorsortiersystem eingerichtet und habe damit jetzt mein Wäschewaschen effizienter gestaltet. Was natürlich auch in diese Zone damals mit reingehört hat, war das Waschen oder Putzen der Waschmaschine. Denn das habe ich irgendwie aus den Augen verloren. Und auch dafür ist die Zonenreinigung halt prädestiniert, dass man gewisse Aufgaben einfach nicht aus den Augen verliert, sondern immer wieder in gewissen Abständen sauber macht. Und mithilfe dieser Zonenreinigungsaufgaben fällt eigentlich auch ein Stück weit der Frühjahrsputz weg, weil man einfach kontinuierlich ein System hat, wo immer und immer wieder nach gewissen Abständen bestimmte Bereiche überarbeitet werden und so halt auch sauber bleiben beziehungsweise nie katastrophale Zustände erreichen, wie es beispielsweise in meinem Fall früher war. Es wird empfohlen, gerade am Anfang immer 15 Minuten Zeitfenster einzuhalten und die nicht groß zu überschreiten, um einfach auch motiviert an der Sache dran zu bleiben. Denn an einem Tag wird man dieses ganze Chaos ähnlich bewältigen können. Es geht eher darum, sich diese Kontinuität anzugewöhnen und kontinuierlich dran zu bleiben, ohne sich zu überfordern, so, dass man nach und nach vorwärts kommt. Und das war ja auch bei mir in diesem Fall so. Das hätte ich mit ein, zwei Tagen nie geschafft und ich hätte auch nicht die Ausdauer gehabt, über mehrere Monate tiefenreine Putzaktionen zu machen. Aber mit diesen 15 Minuten Putzaktionen konnte ich mich wirklich schnell vorarbeiten im Haushalt und ich würde sagen, dass man schon nach etwa drei Monaten ganz deutliche Unterschiede im Haushalt feststellen konnte, also auch Unterschiede, die sogar anderen Personen aufgefallen sind. Also da lässt sich wirklich viel reißen und das wirklich nur mit 15 Minuten. Für alle, die 15 Minuten Zeitfenster nicht auf die Tage aufteilen können, gibt es auch die Möglichkeit, das Ganze für eine Stunde am Stück zu machen. Aber wichtig wäre auch da, sich den Timer zu stellen für je 15 Minuten, um einfach dann die Aufgaben im Überblick zu behalten und den Fokus nicht zu verlieren. Hier seht ihr mich bei der Zonenoptimierung im Badezimmer. Wir haben im Badezimmer nur diesen einen Unterschrank für alle Sachen, die wir halt im Badezimmer lagern müssen. Das heißt, ich musste hier gut überlegen, wie ich die wichtigsten Sachen hier unterbekomme. Und das, was natürlich immer hilft, sind Unterteilungen mithilfe von Körben und Boxen. Ich habe hier einiges von Ikea gekauft und habe so dann die verschiedenen Produkte hier unterteilt, so dass einfach eine visuelle Ordnung bleibt und dass alle Produkte halt einen Platz haben, wo man auch weiß, wo sie dann am Ende des Tages zurückfinden müssen, um die Ordnung besser zu halten. Das System funktioniert recht gut dafür, dass so viele verschiedene Sachen in diesem Schrank mit untergebracht wurden. Hält sich die Ordnung wirklich recht gut, aber dennoch muss man alle zwei bis drei Monate nochmal da das Ganze nachoptimieren und wieder ein paar Sachen natürlich auch ausmisten, die dann auch mit der Zeit ausmistwürdig sind. Bei der Zonenreinigung geht es aber nicht nur ums Ausmisten und Entrümpeln, es geht halt auch ums ganz tiefenreine Putzen. Und auch da arbeiten wir uns peu à peu vor. Also tiefenrein putzen bedeutet, dass wir wirklich versuchen, an sämtliche Ecken ranzugehen, die wir jetzt so vielleicht im normalen Tagesrhythmus nicht machen. Also unter den Schränken, hinter den Möbeln, Spinnweben, Fußleisten, Abflüsse reinigen, zum Beispiel Steckdosen reinigen, Duschvorhänge putzen. Also alles, was man so nicht tagtäglich auf dem Schirm hat, aber was beispielsweise eine Aufgabe für einen Frühjahrsputz wäre, all diese kleinen Aufgaben nehmen wir uns dann in diese Zonenreinigungslisten mit rein und arbeiten die einfach Woche für Woche ab. Und das muss nicht alles in einer Woche passieren, das ist ganz klar. Also hier geht es wirklich darum, dass man Langzeitfortschritte macht und nicht alles an einem Tag. Und das ist wirklich der Wahnsinn, was man mit nur 15 Minuten hier unterschaffen kann. Und wie ich schon sagte, nach drei Monaten sieht man eigentlich schon in jeder Zone einen großen Fortschritt, je nachdem, wie viel natürlich da aufzuarbeiten ist. Aber ich sage immer, wenn es bei mir am Ende geklappt hat und ich war wirklich ein hoffnungsloser Fall, dann schafft das wirklich jeder. Und es geht auch nicht nur ums Putzen und Organisieren und so weiter, sondern halt auch so die Erfahrungswerte, die man auf der Zeit oder in dieser Reise sammelt und wie sich einfach auch das auf verschiedensten Lebensbereichen auswirkt. Also man entwickelt ein ganz anderes Auge für den Haushalt, man sieht die Aufgaben ganz anders, man verändert sein Konsumverhalten mit der Zeit. Also das verändert einen wirklich auf vielen verschiedenen Ebenen. Und so sauber, wie es heute bei mir zu Hause ist, so sauber war es nie. Also ich wäre damals wahrscheinlich nie auf die Idee gekommen, mal hinter einem Heizkörper sauber zu machen, was ich jetzt zum Beispiel in kürzeren Abständen tatsächlich durchführe. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Jetzt kommen wir auch schon zu meiner arbeitsintensivsten Zone und das ist die Küche. Und die Küche ist auch die einzige Zone, die alleinstehend für sich steht. Also nur dieser Raum wird bei mir als eine Zone gesehen, da packe ich keinen weiteren Raum dazu, weil die Küche an sich schon sehr arbeitsintensiv ist, obwohl wir noch nicht mal eine große haben. Aber ich finde, in der Küche fällt halt immer sehr, sehr viel an. Was ich hier immer ganz gerne mache, ist die Mülleimer einmal auszuwaschen im Monat und halt auch die Schublade einmal zu reinigen. Vor allem, falls da hinter dem Müll noch irgendwie was gelandet ist, das sauge ich dann halt auch ganz gerne aus. Und ansonsten nutze ich halt auch die Zeit zum Organisieren, Optimieren und halt auch Putzen, weil ich finde gerade in der Küche, da wird doch mal irgendwie eine Schublade schneller schmutzig als jetzt in anderen Bereichen. Man arbeitet hier halt mit Wasser, mit Fett, mit Gewürzen und Krümel etc. Also irgendwie landet immer irgendwo etwas, wo es nicht hingehört. Und deswegen finde ich die Küche halt ganz wichtig, dass man die als alleinstehenden Raum reinigt. Also zumindest dann, wenn man die Küche häufig nutzt, sagen wir es mal so. Je länger man im System ist, desto verzeihlicher wird auch mal ein Ausfall. Wenn man zum Beispiel mal krank ist, so wie es gerade bei mir der Fall ist, ich hoffe, das stört im Übrigen auch nicht weiter, und dann mal eine Zonenreinigungswoche ausfällt, weil man einfach sich nicht gut fühlt, dann beschränke ich das Ganze wirklich nur aufs Wesentlichste. Also da müsste ich jetzt, würde ich jetzt nicht irgendwelche Körbchen auswischen und neu organisieren, selbstverständlich, sondern ich würde wirklich nur das Allerallerwichtigste und Allerallernötigste machen in dieser Zone. Und dann wäre das auch okay. Und dann verzeiht es mir auch die Zonenreinigung, wenn ich dann halt einen Monat später erst die Schränke neu organisiere oder so. Also das ist alles auch ein sehr verzeihliches Prinzip, vor allem je weiter man fortgeschritten ist. Im Übrigen, falls ihr euch für diese Zonenreinigungslisten interessiert oder allgemein für diese Flylady-Checklisten, die findet ihr verlinkt in der Videobeschreibung. Die habe ich euch dort hinterlegt. Schaut gerne in das Kontrolljournal, da habt ihr alles mit drin, was ihr braucht. Und allgemein, wenn ihr euch für dieses ganze Prinzip interessiert von der Flylady-Methode, abonniert gerne meinen Kanal. Ich habe ganz viele Videos zum Thema Flylady, zur Zonenreinigung, zur Tagesroutine. Und vor allem habe ich euch auch meinen Fortschritt dokumentiert. Ihr seht da die ganz alten Videos, wie es früher aussah und wie es heute aussieht. Hier haben wir wieder einen anderen Zonenreinigungstag und auch hier läuft der Timer wieder für 15 Minuten. Und wie ihr seht, ich arbeite mich wirklich peu à peu vor. Jeden Tag 15 Minuten hier und da. Und so kann man wirklich relativ schnell und effizient seinen gesamten Haushalt überarbeiten. Und macht dann halt auch mal so Dinge, die man vielleicht sonst so ohne Struktur im Haushalt nicht befolgen würde. Sowas wie halt Geräte zum Beispiel mal sauber zu machen oder so. Und diese ganzen Aufgaben schreibe ich mir halt im Vorfeld in die Listen auf. Wenn ich zum Beispiel merke, ach ja, der Toaster ist mal wieder schmierig oder ach, die Schublade hätte es auch mal nötig. Dann trage ich mir das alles in meine Zonenlisten ein und befolge das dann im Laufe meiner Zonenreinigungswoche in diesem Bereich. Und ich hoffe, es hilft, es heilt die Schublade! Was ich auch ganz spannend finde, ist, dass man, obwohl man Bereiche durchorganisiert, immer wieder Optimierungsbedarf feststellen kann. Also auch wenn ich merke, ja, der Schrank ist ganz gut jetzt organisiert, der sieht jetzt schick aus, aber ich merke dann halt in meinem Alltag, dass Sachen zum Beispiel nicht an ihrem Platz zurücklanden, weil vielleicht einfach der Platz nicht gut gewählt ist, dann ist das auch etwas, was ich mir dann in die Zonenliste eintrage und wo ich dann versuche, bei der nächsten Zonenreinigung die Gelegenheit zu finden, um da nochmal etwas umzuswitchen, also mal einen Schrank auszutauschen, die Sachen umzudisponieren, so, dass sie halt für mich weniger Arbeit machen oder die Sachen irgendwie zugänglicher sind, die halt zugänglicher sein müssen oder ähnliches. Also ich optimiere bei jeder Zonenreinigung nochmal alles, was so optimierungswürdig ist und dadurch wird der Haushalt allgemein einfach mit der Zeit einfacher. Einer meiner Lieblingsschränke, die ich umorganisiert habe, ist dieser hier, wo die Medikamente drin waren. Ihr seht schon, das ist alles andere als effizient oder übersichtlich. Wenn jemand krank war, dann mussten wir alle Schachteln rausholen und wühlen, wo ist jetzt das passende Medikament und da habe ich Abhilfe geschaffen, mithilfe dieser Schubladenboxen. Ich habe also jeder Box eine Kategorie zugeteilt, Erkältung, Magendarm, Kinder, Schmerzen, Fieber oder halt Wunden etc. und habe dementsprechend die Medikamente sortiert. Mittlerweile ist das wirklich auch in der Nacht übermüdet möglich, mit einem Griff das richtige Medikament zu greifen, weil alles einfach vorsortiert ist. Und das sieht natürlich auch optisch und visuell viel, viel ordentlicher aus als diese doofen Körbe, die uns jedes Mal in den Wahnsinn getrieben haben, wenn wir dann halt dringend nach einem Medikament gesucht haben. Im Übrigen beschrifte ich dann auch ganz gerne alles so, dass nicht nur ich weiß, wo die Sachen zurückzuräumen sind, sondern halt auch alle anderen, die in unserem Haushalt hier zugange sind. Und das macht sehr, sehr viel aus. Also das ist ein System, was ich sehr, sehr gut finde in unserem Haushalt mittlerweile und was ich auf jeden Fall auch jedem weiterempfehlen kann zur Medikamentenorganisation. Eine weitere Aufgabe, die ich ganz gerne in der Zonenreinigung in der Küche vornehme, ist der Kühlschrank. Und ich muss dazu sagen, wenn wir einkaufen gehen oder der Kühlschrank relativ leer ist, dann wischen wir den eh immer durch. Aber ich nehme mir halt auch intervallweise, sage ich mal, alle zwei bis drei Monate den Kühlschrank nochmal etwas gründlicher vor. Das heißt, da wird der Kühlschrank auch noch einmal organisiert und wenn notwendig auch ordentlich ausgewischt und ausgeputzt. Wir arbeiten auch im Kühlschrank mittlerweile mit Ordnungssystemen. Also auch hier haben wir wieder Unterteilungen, Körbe und Boxen, mit denen wir wieder die Produkte, die zueinander gehören, auch zusammenfassen, so dass wir auch einen guten Überblick im Kühlschrank haben. Wir hatten früher nämlich oft den Fall, dass wir dann drei Packungen Philadelphia zum Beispiel in der hintersten Ecke im Kühlschrank hatten und beim ersten Blick in den Kühlschrank keine Packung gesehen haben. Beim Einkaufen nochmal drei Pakete besorgt haben und dann haben wir beim Einräumen entdeckt, oh, da waren ja doch noch drei Pakete. Und wir haben vieles, also doppelt gekauft, vieles ist schlecht geworden, weil man einfach die Sachen im Kühlschrank auch nicht wieder gefunden hat. Mittlerweile, wie ihr seht, sortiere ich auch hier wieder die Produkte zueinander, die zueinander gehören. Und am besten finde ich halt auch dieses Zusammenfassen zum Beispiel der Frühstücksutensilien. Das heißt, ich kann morgens einfach die zwei Boxen mir rausnehmen, wo die Frühstücksutensilien drin sind und kann damit auch sofort den Tisch decken. Das heißt, es vereinfacht mir auch tatsächlich wieder den Alltag im Sinne von Tisch decken und Tisch abdecken. Und außerdem bleibt auch der Kühlschrank so sauberer, denn die Produkte sind ja jeweils immer in einer Box. Und wenn etwas mal auslaufen sollte, dann passiert das in der Box. Das heißt, ich muss nicht ein komplettes Fach reinigen, sondern nur die jeweilige Unterteilung, das jeweilige Aufbewahrungssystem. Somit spare ich mir halt auch dieses regelmäßige Großputzen des Kühlschranks. Und wenn ich das halt mache, dann ist es halt eher wieder ein Neuorganisieren, nochmal gucken, ob alles wirklich beieinander ist, ob irgendwas abgelaufen ist mit der Zeit, beispielsweise an Soßen oder so, die man jetzt nicht tagtäglich auf dem Schirm hat. Und kann dann halt auch nochmal einen Blick in die Boxen werfen, ob da irgendwas nochmal separat ausgewischt werden muss. Aber so ist es halt für mich auch möglich, innerhalb von 15 Minuten den Kühlschrank halt einmal neu zu organisieren, sauber zu machen, übersichtlich zu gestalten. Und ich finde es halt auch visuell viel, viel ansprechender, wenn der Kühlschrank so ein bisschen durchorganisiert ist. Und ich finde es halt auch viel, viel ansprechender, wenn der Kühlschrank so ein bisschen durchorganisiert ist. Ich finde es halt sehr besonders, dass man einfach mal so jeden Tag Stück für Stück sich vorarbeitet. Also wirklich Schrank für Schrank, Schublade für Schublade. Und das macht so viel aus im Vergleich zu früher, wo ich dann irgendwie mal so sechs Stunden die gesamte Küche versucht habe in Ordnung zu bringen. Und das hat dann meistens wirklich in einer absoluten Überforderung geendet. Aber dieses Schrank für Schrank sich vorarbeiten macht sehr, sehr viel Sinn. Und vor allem kann man so auch immer das Ganze übersichtlich gestalten. Also ich merke dann halt auch, was habe ich in diesem Schrank hier zu tun. Ich kann den auswischen, aussaugen, die Sachen nochmal neu organisieren, auffüllen etc. Das passiert dann Schrank für Schrank sozusagen. Und wenn ich mit allem fertig bin und ich weiß, jeder Schrank ist sauber, dann kann ich immer noch überlegen, ob ich irgendwo etwas doch nochmal umswitchen möchte. Aber ich mache nicht mehr den Fehler wie früher, dass ich alle Schränke rausräume und keinen Platz mehr habe, um irgendwas zu organisieren. Und irgendwann auch nicht mehr weiß, wo ich überhaupt noch weitermachen soll, wie ich das jetzt doch wieder zurückräume am besten. Das hat mich früher sehr überfordert und wie gesagt, wie ihr seht, ist sowas halt auch schnell gemacht in so einem kurzen Zeitrahmen. Und was ganz wichtig ist, noch dazu zu betonen, ist, dass man auch auf die Perfektion verzichtet. Also man macht schon, man versucht es schon in der Zonenreinigungszeit alles etwas gründlicher zu machen oder vor allem auch mal Sachen anzugehen, die man vielleicht halt nicht so auf dem Schirm hatte. Aber es geht nicht um Perfektion. Also am Ende des Tages ist es nicht schlimm, wenn man es nicht perfekt hinbekommt, denn spätestens nach ein oder zwei Monaten kommt man ja wieder in diesen Bereich und überarbeitet ihn ja wieder. Und so kommt halt auch immer mehr Tiefenreinigung rein und das ist eigentlich das Wichtigere. Hier seht ihr mich wieder an einem anderen Tag in der Zonenreinigung und hier hatte ich mir zum Beispiel so Topfdeckelhalter besorgt von Ikea. Ich habe da monatelang drauf gewartet, weil die ewig lang ausverkauft waren, aber es gibt natürlich auch sowas ähnliches bei Amazon im Übrigen. Alles, was ihr hier in meinem Haushalt seht, habe ich auch in meiner Amazon-Liste hinterlegt. Da könnt ihr gerne in der Infobox nachschauen, falls ihr irgendwas Bestimmtes sucht. Da ist eigentlich alles vorhanden, was wir hier in meinen Videos sehen. Jedenfalls fallen auch so eine Umorganisation hier in die Zonenreinigung rein, wie aber auch das gründliche Putzen der Spüle und ähnliches. Das planmäßige Vorgehen macht auf jeden Fall sehr viel Sinn für mich und immer, wenn ich irgendwelche Aufgaben halt nicht zu Ende geschafft habe, dann nehme ich sie mir in die Zonenreinigung für den nächsten Monat mit. Also ich übertrage dann sozusagen meine Liste. Was auch eine Aufgabe in der Zonenreinigung ist, ist halt sowas wie Spülmaschine reinigen oder hier die Dunstabzugshaube, mal die Lampen zu entstauben. Also das sind alles Sachen, die ich früher so in den Frühjahrsputz genommen habe und selbstverständlich habe ich dann auch in drei, vier Tagen Frühjahrsputz nicht alle diese Elemente geschafft, sauber zu bekommen. Ja, da habe ich vielleicht mal die Lampen sauber gemacht, die Fenster geputzt und ja, mal die Polster gereinigt oder so und dann war aber auch schon Ende Gelände. Aber jetzt ist es halt so, dass halt diese ganzen Tätigkeiten, die eigentlich in Frühjahrsputz gehören, halt jeden Monat irgendwie abgearbeitet werden. Dann werden halt die Lampen nicht mehr nur einmal im Jahr geputzt, sondern alle zwei bis drei Monate und dann nimmt natürlich auch diese Arbeitsintensität des Putzens ab. Denn die Lampen, wenn ich, oh Gott, wenn ich daran denke, früher in meiner Küche, da war die Lampe so schmierig. Ich muss aber auch sagen, ich hatte früher auch sehr hohe Decken, da bin ich gar nicht rangekommen ohne Leiter und so und die war so schmierig. Ich musste die einmal komplett abnehmen und komplett mit Fettreiniger einsprühen und so, damit dieser Film komplett abgeht. Und das ist jetzt hier natürlich aufgrund der Deckenhöhe für mich auch einfacher, da ranzugehen. Aber dadurch, dass ich halt alle zwei, drei Monate diese Lampen abwische, habe ich nie eine hohe Arbeitsintensität, was das Putzen betrifft. Also es ist alles immer so leicht verschmutzt, dass man die halt auch wirklich mit zwei, drei Wischen alles Mögliche im Haushalt sauber bekommt. Und das ist auch etwas, was sehr motivierend ist, gerade wenn man halt so Motivationsschwierigkeiten im Haushalt hat, dass die Aufgaben oder die Arbeiten an sich mit der Zeit abnehmen. Denn desto sauberer die Ausgangssituation ist, desto einfacher ist es natürlich auch, wieder alles sauber zu bekommen, beziehungsweise die Sauberkeit aufrecht zu erhalten. Und das ist jetzt auch, wieder zu sehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Worauf ich im Übrigen sehr schwöre, ist dieses Fensterputztuch. Das wissen eigentlich alle meine Zuschauer. Und da gibt es einen Dreierpack bei Amazon. Ich glaube, die kosten 15 Euro. Ich habe die mittlerweile schon seit fünf Jahren im Einsatz. Also die sehen vielleicht irgendwann nicht mehr so schön aus, aber sie erfüllen immer noch ihren Zweck. Denn man braucht die nur mit Wasser anzufeuchten und kann damit alle glatten Oberflächen putzen. Und das streifenfrei und kratzfrei. Und ich benutze diese Tücher halt vor allem für unsere Hochglanzfronten, aber auch fürs Fensterputzen, für unseren Glastisch etc. Und ich kann dann halt auch einmal das Tuch anfeuchten und gehe dann halt auch alle Spiegel in der Wohnung ab. Ich brauche kein Zeva-Papier, ich brauche keine Glasreinigung. Innerhalb von einer Zonenreinigung habe ich jetzt zum Beispiel auf den Schränken gereinigt. Ich habe die Fronten gereinigt. Ich habe das Fenster geputzt. Also alles in 15 Minuten. Und das ist einfach wirklich der Wahnsinn, was man in 15 Minuten schaffen kann. Und das motiviert auf jeden Fall auch an diesem Konzept dran zu bleiben. Eine weitere Aufgabe, die für mich in die Zonenreinigung fällt, ist das Ausmisten und Neuorganisieren der Kleiderschränke. Das ist auch etwas, was ich früher gerne dann über den gesamten Nachmittag gemacht habe. Das mache ich jetzt so nebenbei für 15 Minuten. Und halt auch wieder Schrank für Schrank bzw. Schublade für Schublade. Und ich mache das so weit, wie ich komme. Und wenn ich das dann ja an einem Tag nur eine Schublade geschafft habe, dann ist das in Ordnung. Dann setze ich da am nächsten Tag dann wieder an. Es sei denn, ich habe halt viel Zeit, dann mache ich das vielleicht auch mal in einer Stunde. Aber wie ich schon sagte, wenn ich das Ganze dann in einer Stunde mache, dann setze ich mir häufiger den Timer, damit ich einfach das Gefühl für die Zeit nicht verliere. Und halt so effizient und schnell wie möglich arbeite, um mich da nicht zu lange zu verzetteln. Auch hier arbeite ich ganz gerne mit Aufbewahrungskörben, gerade bei den Kinderkleidungsstücken, weil diese halt sonst in dieser großen Schublade schnell zusammenfallen. Und das ist auch etwas, was ich ganz gerne im Kleiderschrank berücksichtige. Einen sehr hilfreichen Tipp, den ich mal von einer Zuschauerin bekommen habe, war, dass ich im Kleiderschrank selber direkt eine Tüte aufstellen soll, wo immer wieder die Sachen reinwandern, die nicht mehr passen. Das ist wirklich ein sensationeller Tipp, den ich seitdem auch befolge. Und wir sammeln hier immer wieder vor allem die Kinderkleidungsstücke ein, die halt nicht mehr passen und können sie dann halt bei Gelegenheit dann verschenken oder spenden, wenn die Tüte voll ist. Hier geht es dann auch schon weiter in der Zonenreinigung bei uns im Flur. Das ist der Mehrzwerkschrank, den wir vorhin gesehen haben, schon in der alten Wohnung. Das ist wieder ein Mehrzwerkschrank. Heute in unserem neuen Flur haben wir wieder ganz viele verschiedene Kategorien an Zeug und was hier irgendwie ästhetisch, sage ich mal, übersichtlich in diesem Schrank eingefügt werden musste. Und auch hier haben wir uns wieder beholfen mit verschiedenen Unterteilungen. Und auch wenn das jetzt vielleicht so augenscheinlich etwas chaotisch wirkt, ich bin ja jetzt gerade auch schon beim Ausmisten, aber so ist trotzdem wieder jeder Bereich für sich sozusagen geschlossen in einer Kategorie. Was ich auch im Laufe der Zonenreinigung für mich gelernt habe, ist zu reduzieren. Ich hatte früher zum Beispiel eine ganz große Kosmetik-Sammlung. Da waren Kosmetikartikel, die waren schon wirklich bestimmt 20 Jahre alt. Also ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt. Nivea hatte früher mal eine Kosmetik-Serie, also Lidschatten und Wimperntusche etc. Ich hatte sogar noch Zeug aus dieser Ära, also wirklich Lidschatten und so weiter. Und ich weiß nicht, ob man sich da wirklich noch so 20 Jahre alten Lidschatten noch auf die Haut auftragen möchte. Eigentlich nicht. Mittlerweile habe ich wirklich alles rausgeschmissen, was nicht mehr benutzt wird. Hätte ich damals schon alleine eine Schublade voll mit Kosmetikartikeln gehabt, die ich einfach gar nicht mehr im Alltag genutzt habe. Also quasi nur ein Platzhalter und Staubeinfänger. Weiter geht es wieder in den vorderen Flur. Auch dort haben wir einen Schrank zu stehen, unter anderem mit zwei Krimskramsschubladen, wo wirklich allerhand Zeug drin war, was, also ich kann es euch gar nicht beschreiben, von Fusselrollen bis Tesa-Abroller, Filzgleiter für Möbel, Teppichkleber, Schraubenzieher, also wirklich alles Mögliche. Und ihr seht es schon, man hat da weder etwas drin gefunden, noch gab es da irgendwie eine Art von Ordnung oder sonst irgendwas. Also dieser Schrank hat das auch auf jeden Fall nötig. Und ich habe mir auch dafür wieder verschiedene kleinere Boxen besorgt, um das Ganze nochmal ein bisschen besser zu unterteilen. Und das Besondere dabei ist nicht nur, dass ich in 15 Minuten jetzt diese zwei Schubladen aufgeräumt habe. Darum geht es, ja, natürlich geht es auch darum. Aber was ich daran so besonders finde, ist, dass einfach aufgrund dieser Unterteilungen und dieses Einmal-Durchorganisieren, diese Ordnung sich einfach so viel länger hält. Also ich habe diesen Schrank zum Beispiel vor etwa fünf, sechs Monaten das letzte Mal richtig aufgeräumt. Aber die Ordnung ist immer noch so vorhanden, dass man da jetzt noch nicht irgendwie was unbedingt machen muss. Und das ist das, was mich halt immer wieder beeindruckt. Und wenn man sich vorstellt, dass früher alle meine Schubladen im Haus genauso aussahen wie jetzt diese hier, ist es einfach doch der Wahnsinn, wie man halt mit der Zeit durch dieses Ganze nach und nach durchorganisieren, eine gewisse Ordnung und vor allem eine gewisse dauerhafte Ordnung in sein Zuhause zaubern kann. Hier bin ich jetzt in der Zonenreinigung in unserem kleinen überschaubaren Schlafzimmer. Und was ich hier zum Beispiel ganz gerne mache, ist auch mal auf den Schränken zu wischen. Das ist etwas, was ich dann auch gerne aus den Augen verliere im Alltag, aber halt im Rahmen der Zonenreinigung beachte. Ebenso wie Gardinen und Vorhänge waschen, Fenster putzen, Gardinenstangen abstauben, all diese Sachen fallen da für mich mit rein oder auch Fußleisten putzen. Also alles, was man so im Alltag halt aus den Augen verliert. Außerdem gehe ich halt in der Zonenreinigung auch durch und miste Dinge aus, die mir nicht mehr passen oder mir nicht gefallen. Und das ist auch etwas, was ich halt sehr zu schätzen weiß, dadurch, dass ich das jetzt so kontinuierlich mache, in regelmäßigen Abständen, kann ich mich zum einen auch viel einfacher von Dingen trennen, weil ich immer und immer wieder die gleichen Sachen in die Hände bekomme. Das heißt, wenn ich zum Beispiel bei einem Pullover darüber nachdenke und denke, ach nee, der ist mir irgendwie zu schade, den jetzt wegzuschmeißen oder wegzugeben, den möchte ich noch behalten, dann merke ich in jeder Zonenreinigung, wo ich dann wieder diesen Pullover in der Hand habe, dass ich den nach wie vor noch nicht angezogen habe und überdenke halt mein Verhalten. Und spätestens beim vierten oder fünften Mal, wenn der gleiche Pulli mir in die Hände fällt, sehe ich dann auch der Wahrheit ins Auge und weiß, okay, komm, du hast es jetzt fünfmal aufgeschoben, immer wieder mit dem Gedanken, ja, ja, den ziehst du nochmal an, hast du bis heute nicht. Und dann fällt mir natürlich auch die Entscheidung einfacher, dieses Teil dann endlich loszulassen. Und ich habe auch noch nie das bereut, die Sachen loszulassen. Deswegen, die Zonenreinigung ist echt auch ein langfristiger Verhaltensprozess, wo man aufgrund von Erfahrungswerten wirklich auch lernt, sein Verhalten zu überdenken und mit den Dingen anders zu verfahren, als man das sonst so getan hat. Also ich möchte heute gar nicht mehr so viel Zeug aufbewahren. Ich möchte nicht mehr meine Schränke voll haben mit Dingen, die mir nicht passen, weil es mich am Ende des Tages deprimiert, dass sie mir nicht passen. Das macht mich nicht glücklich. Außerdem weiß ich, dass alles, was irgendwo in den Schränken mir den Platz raubt, entweder Platz raubt für etwas, was viel wichtiger wäre oder beziehungsweise am Ende des Tages ja auch einen gewissen Pflegebedarf. Also je weniger Zeug ich habe, desto einfacher wird mein Leben. Und ich rede jetzt auch gar nicht davon, dass man jetzt in Richtung Minimalismus gehen muss, aber man muss halt auch nicht irgendwie Sachen aufheben, die am Ende des Tages einfach keinen Nutzen mehr erfüllen. Und das war bei mir zum Beispiel auch ein ganz, ganz großer Knackpunkt. Ich hatte noch meine Vorschwangerschaftskleidung beispielsweise gehabt, also in Größe 34. Ja, Leute, ich habe mal Größe 34 getragen. Ich hatte von Größe 34 bis 44 alles im Schrank vertreten, plus Umstandskleidung. Und die Sachen habe ich da gehortet. Also mein Schrank, bestimmt zwei Meter Schrank, wurden eingenommen mit Kleidungsstücken, die einfach keinerlei Funktion haben. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wie viel unnötiger Platz verschenkt wurde. Und diesen Platz hätte ich viel besser nutzen können für Dinge, die hier draußen rumstehen und keinen Platz finden beispielsweise. Auf jeden Fall war das etwas, woran ich jetzt gearbeitet habe, also was mir jetzt wirklich auch, ja, was ich jetzt verinnerlicht habe. Und nicht, weil mir jetzt jemand sagt oder jemand erklärt, sondern weil ich einfach selber eingesehen habe, okay, das macht überhaupt keinen Sinn mehr. Und da habe ich mein Verhalten zum Beispiel grundlegend verändert. Ebenso auch in meinem Konsumverhalten. Ich kaufe jetzt nicht mehr alles, was ich gerade irgendwo im Angebot sehe, weil ich denke, ach ja, es ist günstig, nehme ich mal mit und überlege dann, was ich damit anstellen kann. Von diesen Käufen habe ich auch komplett abgelassen. Ich kaufe nur noch Sachen dann, wenn ich sie brauche. Ich kaufe nichts mehr auf Vorrat, außer jetzt Lebensmittel selbstverständlich. Aber ich hatte da wirklich so Phasen, da habe ich echt so in meinem Schnäppchenrausch einfach so Dinge gekauft, die ich dann auch am Ende total vergessen habe, also dass ich sie überhaupt besitze und habe dann nochmal was gekauft oder so. Also das gesamte Konsumverhalten hat sich mittlerweile einfach verändert aufgrund dieser Verhaltensweisen im Haushalt. Was mir jetzt auch zum Beispiel positiv auffällt, ist, dass ich mittlerweile auch die Aufgaben anders angehe als früher. Das finde ich ist auch ein ganz, ganz entscheidender Punkt, denn früher habe ich zum Beispiel viele Aufgaben aufgeschoben, weil ich dachte, ich habe nicht genug Zeit. Beispielsweise Fensterputzen war für mich eine Tagesaufgabe, ebenso wie Bettwäsche wechseln oder Boden wischen oder ähnliche Sachen. Gardinen waschen, also das war für mich immer an einer Tagesaufgabe gebunden. Ich habe, wenn dann, alle Gardinen an einem Tag abgenommen und gewaschen, alle Betten an einem Tag bezogen, alle Böden an einem Tag gewischt. Und das ist mittlerweile komplett entkoppelt. Ich mache immer Raum für Raum in der jeweiligen Zone halt das, was ich schaffe. Und das ist dann mittlerweile auch so unkompliziert geworden, weil ich beispielsweise dann auch mal die Böden, wenn ich jetzt zum Beispiel nur im Schlafzimmer bin oder nur in der Küche bin oder nur im Badezimmer gerade am Putzen bin, dann wische ich halt mal kurz den Boden auf den Knien einmal per Hand und dann ist diese Aufgabe auch erledigt. Also ich warte nicht mehr auf diesen Zeitpunkt, wo ich sage, nee, ich brauche jetzt aber zwei Stunden Zeit, um die gesamte Wohnung irgendwie in Ordnung zu bringen, sondern es passt jetzt alles so. Also ich passe meine Aufgaben an mein Zeitfenster an und bin damit viel effizienter und komme viel, viel weiter im Vergleich zu früher an diesen langen Putztagen, weil ich mache lieber jeden Tag ein bisschen was und statt irgendwie an einem Tag richtig viel und danach aber halt auch wirklich dann platt zu sein für die nächsten zwei Wochen. Ich finde es einfach total spannend, wie sich einfach auch der Charakter eines Menschen, eines erwachsenen Menschen auch im Alter nochmal verändern kann. Ich bin ja mittlerweile auch schon 40, wie ihr wisst, also und ich war mein ganzes Leben unordentlich, wirklich. Ich habe das ja erst mit 36 auf die Kette bekommen, halbwegs ordentlich zu werden. Ich bin es immer noch nicht vom Kern auf, das sage ich euch auch immer. Also ich neige immer noch dazu, Sachen liegen zu lassen, aber zumindest habe ich jetzt diese äußere Struktur, die mich immer wieder so korrigiert, die Sachen nicht komplett einreißen zu lassen. Und durch dieses kontinuierliche Ausmisten und so zum Beispiel kann ich auch so ein bisschen den Riegel vorschieben, das alles ausartet. Eine große Mammutaufgabe für mich sind die Kinderzimmer. Ihr seht, wir haben sehr, sehr viel Spielzeug. Das ist ein ganz anderes Problem. Wir haben schon oft darüber geredet, dass das auf jeden Fall alles viel zu viel ist. Und wir sind auch ständig und stets bemüht, da irgendwie weiter auszumisten und auszusortieren, insofern es die Kinder mitmachen. Jedenfalls ist das so immer der Punkt, wo ich mich am meisten verdrücke, hier Hand anzulegen, weil es einfach sehr viel Kleinkram ist. Und ja, ihr seht es ja, eigentlich brauche ich gar nicht viel dazu zu sagen. Hier an diesem Tag hatte ich mir vorgenommen, das Ganze in Ordnung zu bringen und habe mir dazu dann aber ein größeres Zeitfenster genommen. Und zwar habe ich eine Stunde, glaube ich, gemacht und habe mir dazu viermal den Timer gestellt auf je 15 Minuten. Dieses Timerstellen ist ganz wichtig, zumindest für mich. Und ich würde es eigentlich auch jedem empfehlen, der auch dazu neigt, sich zu verzetteln. Denn auch wenn ihr euch eine Stunde vornimmt, zu putzen oder aufzuräumen, so ist es trotzdem ratsam, sich den Timer als zeitliche Begrenzung zu nehmen. Mit dem Timer, wenn ich damit arbeite, habe ich immer halt den Fokus darauf, welche Aufgabe ich priorisiere, was ist wirklich wichtig, was macht hier einen sichtbaren Unterschied, wenn ich das als erstes abarbeite. Und kann dann mich sozusagen die Prioritäten nach lang arbeiten. Außerdem verliere ich mich nicht an Kleinigkeiten. Also ich neige sehr dazu, mich da an Kleinigkeiten aufzuhalten, die am Ende überhaupt nichts am Ergebnis groß verändern. Und deswegen ist auch da wieder der Timer für mich wichtig, dass ich einfach weiß, wie viel Zeit ist gerade vergangen, wie lange habe ich mich denn jetzt hier dran aufgehalten. Ist es notwendig oder geht es auch schneller, um einfach die Zeit so effizient wie möglich zu nutzen. Und das ist etwas, was ich wirklich auch jedem empfehlen kann, denen es genauso geht. Also ich habe ja auch so ADS-Züge, wie die meisten von euch wissen. Und da hilft es mir auf jeden Fall, mit dem Timer zu arbeiten, um einfach schnell auch Entscheidungen zu treffen. Allgemein hilft der Timer auch dabei, wirklich schnell Entscheidungen zu treffen, was auch das Ausmisten betrifft. Und wenn man jetzt so, sage ich mal, keine zeitliche Begrenzung hat und einfach so, ja, sich, sage ich mal, zum Beispiel jetzt gerade auch bei den Klamotten oder so, so ausgiebig jedes Teil anguckt, da kann man natürlich immer auch in der Zeit irgendeinen Grund finden, etwas zu behalten. Dann denkt man sich dann vielleicht, ja, passt mir zwar nicht, könnte mir vielleicht passen, wenn ich dann im übernächsten Winter möglicherweise dann doch noch meine 10 Kilo abgenommen habe. Och ja, das wäre dann vielleicht ganz schön so. Und dann kommt so ein Prozess zustande, wo man erstens sehr, sehr viel Zeit verplempert und halt auch immer wieder Ausreden findet, um Dinge zu behalten. Wenn man aber mit einer zeitlichen Begrenzung arbeitet, trifft man Entscheidungen viel schneller. Und bei den Sachen, wo die Entscheidung eigentlich einfach zu fällen ist, kann man sich aufgrund so eines kleinen Zeitfensters halt auch schneller entscheiden dagegen. Also ich habe das sehr, sehr oft, wenn ich mit so einer zeitlichen Begrenzung arbeite, dass ich dann ruckzuck halt auch weiß, okay, komm, brauchst du eigentlich gar nicht, 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 brauchst gar nicht drüber nachzudenken. Und da kann ich mich viel, viel schneller lösen, als wenn ich, wie gesagt, diese zeitliche Begrenzung nicht habe. Was ganz wichtig ist, überhaupt bei dieser ganzen Zonenreinigungsgeschichte, ich weiß gar nicht, ob ich es erwähnt habe, ist, dass man sich wirklich nur Schrank für Schrank beziehungsweise wirklich Fach für Fach vorarbeitet. Das ist etwas, was ich persönlich früher immer sehr falsch gemacht habe, dass ich einfach wirklich immer den gesamten Schrank ausgeräumt habe. Da ist es über mich gekommen und ich dachte, nee, heute mache ich den gesamten Schrank. Ich habe alles rausgeschmissen, habe dann so angefangen, noch ganz motiviert und ja, so spätestens nach einer Dreiviertelstunde war dann aber auch die Motivation futsch und manchmal kam es auch vor, dass ich einfach den Rest dann wieder komplett zurückgestopft habe in den Schrank. Da sah der Schrank teilweise sogar schlimmer danach aus als vorher. Und deswegen ist es besonders wichtig, dass wenn man da sehr viel Zeug hat oder halt noch keine richtige Putzroutine oder Ordnungsroutine hat, dass man da sich wirklich Fach für Fach vorarbeitet. Und ich habe im Übrigen auch nochmal das Ganze ausprobiert gehabt mit euch. Und zwar habe ich einmal das Ausbissen nach KonMari ausprobiert. Da könnt ihr gerne mal nach dem Video schauen in meinem Kanal. Und da geht es zum Beispiel darum, dass man den Kleiderschrank so aussortieren soll, dass man alle seine Kleidungsstücke über auf einen Haufen wirft und dann anfängt auszusortieren. Das hat zwei wesentliche Punkte. Also zum einen soll man sich bewusst machen, wie viel man eigentlich hat, dadurch, dass man alles aus dem Schrank rausräumt. Und man soll auch nur die Sachen behalten, die man dann am Ende wirklich liebt. So, das ist so, sage ich mal, das Grundkonzept. Ich habe es ausprobiert und das zu einem Zeitraum, also ich habe das, glaube ich, Anfang des Jahres gemacht, wo ich eigentlich schon recht gut in meinem Ordnungssystem angekommen war. Und trotzdem hat mich das so massiv überfordert. Also ich habe mich wirklich auch in alte Verhaltensmuster wieder reingedrängt gefühlt gehabt und habe gemerkt, oh Gott, das geht gar nicht. Das mache ich nie wieder und das war total schlimm und auch absolut demotivierend für die nächste Zeit, die ich dann so mit meinem Kleiderschrank zu tun hatte, sage ich mal. Also das ist wirklich auch ein sehr wichtiger Erfahrungswert gewesen für mich, nochmal zu sehen, okay, es ist einfach das Vorgehen, was auch sehr entscheidend darüber ist, ob ein Konzept funktioniert oder nicht. Und ich kann nur sagen, dass diese kleinen Einheiten mich viel weiter im Leben gebracht haben, im Haushalt, als jede große Putzeinheit, die ich so hinter mir habe. Und ich möchte wirklich alle motivieren, die auch so zu kämpfen haben mit ihrem Zeug oder auch mit ihrem Ordnungsgefühl oder was auch immer, wie man das beschreiben möchte, dass ihr es einfach mal versucht und ich gebe euch Brief und Siegel, dass es, ich glaube, das funktioniert bei wirklich 99 Prozent der Menschen, sollte dieses Konzept eigentlich aufgehen. Also ich sage immer, wenn es bei mir geklappt hat, muss es bei jedem klappen und ich bin wirklich ein so unordentlicher Mensch, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, beziehungsweise fragt meinen Mann, der kann das bestätigen oder auch meine Mutter. Ich habe schon als Kind das Buch von der Struwellise geschenkt bekommen, weil ich schon als Kind es gehasst habe, mein Kinderzimmer aufzuräumen. Und da gab es schon Diskussionen und ich weiß auch nicht, warum. Ich bin in einem sehr ordentlichen Elternhaus aufgewachsen. Also es wurde mir immer vernünftig vorgelebt, aber irgendwie habe ich nie so dieses Konzept hinter Ordnung halten Jahre so richtig begriffen. Ich habe auch immer geputzt über einen ganzen Tag und habe dann halt den Rest der Woche zugesehen, wie alles eingerissen ist. Ich habe nie richtig verstanden, wie funktioniert das Ordnung halten. Und das ist etwas, was ich halt als erwachsener Mensch dann irgendwie mit diesem Konzept gelernt habe. Und es waren wirklich diese Erfahrungswerte, die mich dazu gebracht haben, jetzt einfach auch die Dinge, wie gesagt, im Haushalt zu sehen. Auch wenn ich manchmal aufgrund von Krankheit oder Kindern oder Jobberuf etc. nicht immer alles gebacken kriege. Wir sind ja auch keine Roboter und es darf auch mal was rumliegen. Ich bin da nicht so streng, aber so habe ich zumindest ein Gefühl dafür bekommen, was ist wichtig und was muss in welchen Abständen mal gemacht werden. Und ich sehe halt, wie gesagt, auch ganz andere Aufgaben, die ich früher halt nie wahrgenommen hätte. Nachdem ich jetzt alles einmal durchorganisiert habe und aufgeräumt habe, kümmere ich mich natürlich auch ums Putzen. Das heißt, ich reinige jetzt nochmal alle Bereiche durch, die jetzt so offen liegen. Und genau, kümmere mich einfach jetzt nochmal um den Punkt sauber machen. Und ich finde, wie gesagt, diese Zonenreinigung ist echt Gold wert. Und ich weiß, dass viele, viele gerade am Anfang auch ihre Schwierigkeiten haben, mit der Zonenreinigung da dran zu bleiben. Aber ich sage auch immer, selbst wenn du es nicht schaffst, an fünf Tagen die Woche die Zonenreinigung zu machen, dann mach es wenigstens zweimal die Woche. Also jedes Mal, wenn du es machst, macht immer noch mehr aus, als wenn du es gar nicht machst. Das kann man sich vorstellen wie mit dem Sport machen. Man kann sagen, ich gehe jeden Tag joggen und wenn man es halt nicht schafft, jeden Tag joggen zu gehen, dann geht man halt zweimal die Woche joggen. Oder einmal die Woche joggen. Auch das ist schon mehr wert, als wenn man es gar nicht macht. Und so ist es eigentlich auch hier im Sinne des Haushaltes oder halt auch überhaupt mit dieser Zonenreinigung. Und wenn ihr zum Beispiel ein viel zu großes Haus habt, wo ihr sagt, damit kommt ihr auch nicht zurecht mit den 15 Minuten, dann passt das Zeitfenster ein bisschen an. Dann erhöht es auf 30 Minuten oder so. Also da kann man natürlich flexibel sein und sich das Ganze auch ein bisschen so auf seine Bedürfnisse anpassen. Beziehungsweise nehmt euch den Druck raus, denn mit der Zeit nehmen die Aufgaben ab. Also auch wenn ihr jetzt vielleicht in eurem Haus mit 15 Minuten gerade mal vielleicht einen Bereich, ja weiß ich nicht, einen Raum gerade mal schafft im Monat oder so, dann nimmt dieser Raum ja auch irgendwann dann Arbeitsintensität ab. Und man kann sich dann halt diese 15 Minuten dann besser auf die ganzen anderen Geschichten oder die anderen Tage besser gesagt auf die anderen Bereiche aufteilen. Ich hoffe, ich konnte das jetzt irgendwie halbwegs plausibel erklären. Bitte seht es mir nach, falls wenn nicht. Ich bin seit zwei Wochen richtig angeschlagen und krank. Jetzt so langsam versagt auch meine Stimme und mein Kopf ist auch schon mittlerweile Matsch. Ich hoffe, ich konnte trotzdem das rüberbringen, was mir wichtig war, hier zu diesem Konzept zu sagen. Wie schon sagt, ich bin ja selber auch gerade wieder dabei, richtig durchzustarten mit der Zonenreinigung. Wir hatten ja das gesamte Jahr so eine Krankheitswelle, wo oftmals was ausgefallen ist. Ihr seht aber, denke ich trotzdem, gerade wenn ihr das wirklich mit meinen ersten Videos noch aus der alten Wohnung vergleicht, dass es sich schon sehr, sehr stark gebessert hat, dass man einfach schon merkt, dass die Tendenz eher doch etwas strukturierter ist im Haushalt. Und das ist auf jeden Fall alles machbar und schaffbar. Und daran möchte ich jetzt halt auch nochmal anknüpfen. Also wir haben zwar noch alle Bereiche gut durchorganisiert im Haushalt, aber mir geht es jetzt halt darum, dass ich jetzt ein Jahr lang quasi nicht mehr so intensiv ausgemistet habe. Und in diesem einen Jahr fällt mir schon auf, dass sich doch mal hier und da einiges wieder eingeschlichen hat, was doch mal ausmistungswürdig wäre. Und das versuche ich jetzt halt auch in der Zeit wieder in meinem Wiedereinstieg stärker zu berücksichtigen. Hier habt ihr nochmal ein Video, wo ich euch mitnehme beim Zoneneinteilen insgesamt. Und ansonsten folgt mir gerne auch auf meinen anderen Videos. Ich nehme euch regelmäßig bei meiner Morgenroutine nach Flylady mit oder auch bei der Zonenreinigung. Also seid da gerne dabei. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. hacer